Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal und dem letzten Video 2022. Und an dieser Stelle mit diesem schönen Hintergrund möchte ich euch und euren Familien frohe Weihnachten wünschen, eine besinnliche und erholsame Zeit. Denn wer hier das Weihnachtsgeschäft vollbracht hat und weiß, wie hektisch ein Weihnachtsgeschäft sein kann, hat die erholsame Zeit nach dem Weihnachtsgeschäft definitiv verdient. Selbstverständlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, ein erfolgreiches neues Jahr 2023. 2023 wünsche ich euch an dieser Stelle und hoffentlich kommt ihr auch gut rein ins neue Jahr. Und auch auf diesem Kanal geht es um Erfolg, um das erfolgreiche Verkaufen. Und an dieser Stelle möchte ich hier neuen Wind reinbekommen auf diesem Kanal und möchte hier viele Dinge wieder neu verfilmen als Videos, Anleitungen darstellen, um euch hier das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, aber auch vielen anderen zu erleichtern. Und natürlich geht es hier auch über viele andere Themen. Es geht zum Beispiel um die Warenbeschaffung, wo du Waren einkaufen kannst. Ich werde hier neue Großhandelsplattformen wieder vorstellen, wo du Waren bekommst, um diese gewinnbringend immer weiter zu verkaufen. Ich werde das Konzept mit den Deals weiter ausarbeiten, so dass wir das Ganze hier noch besser haben und noch günstigere Produkte finden können, um hier diese profitabel zu verkaufen. Selbstverständlich schauen wir uns auch Shop-Systeme an. Wenn du Lust hast, einen richtigen Online-Shop dir aufzubauen, und zwar von Anfang an schön präsent zu sein und nicht nur abhängig von den Marktplätzen wie Amazon und Ebay, dann wirst du auch hier vieles Mehrwertes bekommen in dem Jahr 2023. Dann schauen wir uns auch die Versanddienstleister an, mit welchen Versanddienstleistern ich arbeite, welche Versanddienstleister es gibt, wie Hermes, DHL und viele andere, welche sich profitabel für kleine Händler eignen oder auch größere, mit welchen Mengen man hier arbeitet und vieles mehr. Natürlich schauen wir uns auch das Unternehmertum, alles drumherum an. Wie melde ich ein Gewerbe an? Was ist die Kleinunternehmerregelung? Und vieles, vieles mehr. Wann eignet sich eine Rechtsform, also eine richtige Firma und so weiter. Aber auch das Marketing schauen wir uns an. Wie können wir profitabel und besser unsere Produkte anbieten, und so, dass die Käufer kaufen, das auch hier auf diesem Kanal. Und natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt ist die Motivation. Denn oftmals geben die meisten Unternehmer oder Online-Händler auf, um hier durchzuhalten. Das gehört sehr, sehr wichtig und gehört dazu. Und dementsprechend hier bekommst du im neuen Jahr ganz viel Mehrwertes an die Hand. Und falls du neu bist und gerne dabei sein möchtest mit diesen Punkten, die ich genannt habe, und hiervon davon profitieren möchtest und lernen möchtest, dann abonnier gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video. Gib mir auch gerne einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele, viele weitere Videos, die hier in 2023 ausgestrahlt werden. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wie gesagt, bis dahin, im neuen Jahr sehen wir uns wieder. Alles Gute und viel Erfolg. Tschüss.